Maria Cami war eine italienische Schauspielerin schweizerischer Abstammung. In erster Ehe als Norina Vollmöller verheiratet mit Carl Gustav Vollmöller, zwischen 1917 und 1921 bigamistische Zweite mit Prinz Georges V. Machia Belli, mit diesem zwischen 1921 und 1933 als Prinzessin Norina Machia Belli in zweiter Ehe verheiratet. 1921 von Vollmöller, 1933 von Prinz Machia Belli geschieden. Leben Norina Gilli kam als jüngstes von fünf Kindern des Konditormeisters Luigi Gilli und dessen Ehefrau Emma Gilli, Geb. Troll in Florenz zur Welt. Luigi Gillis Urgroßvater war aus Graubünden in die Toskana ausgewandert und hatte die Konditorei Gilli im Jahr 1733 im Zentrum von Florenz begründet. Norina wuchs in Florenz und Viehsohle auf, verbrachte die Sommermonate aber in Samedan, Graubünden, wo die Familie ein Haus im Ortskern besaß Nachdem sie 1894 lebensgefährlich an Tuberkulose erkrankte, brachten ihre Eltern sie erst nach Samedan, von dort nach St. Moritz in eine Spezialklinik für Lungenkranke. Durch die Brüder Züst, Auswanderer aus der Schweiz, Gründer der Züst Automobile Fabriken, lernte Norina 1903 ihren Ehemann Carl Gustav Vollmöller kennen. Im Mai 1904 heiratete das Paar in San Salvatore al Monte in Florenz. Gabriele Danunzio war einer der Trauzeugen. Das junge Paar lebte in Vollmöllers Villa in Sorrent am Golf von Neapel, ab 1906 in Turin und in der Villa Il Pozzino in Castello, die Vollmöller für Norina erworben hatte. Hier war Rainer Maria Rilke Ostern 1908 Gast der Vollmöllers. Im Spätsommer 1904 ereignete sich in der Villa Alotta ein Skandal, als sich André Giet Vollmöller homosexuell nährte, worauf dieser ihn erbost aus dem Haus warf. Im selben Jahr waren Arthur Schnitzler und seine Frau Olga in Sorrent zu Besuch. Im Jahr 1906 überredete Vollmöller Norina, ihn bei seiner Arbeit über Pier Jakobo Martelli zu unterstützen. Unter Norinas Pseudonym Maria Kami wurde das Buch im Jahr 1906 im Verlag Bernardo Säber-Florenz veröffentlicht. Im Herbst 1907 reiste Norina nach Berlin, wo sie Gast bei Sabine Lepsius und deren Mann Reinhold Lepsius war. Das raue Berliner Klima ließ Norinas Lungenkrankheit wieder ausbrechen. Sie fuhr nach Davos in ein Lungensanatorium, wo sie mehrere Monate behandelt wurde. Insofern war Norina nicht in der Lage, wie oft behauptet, zwischen 1907 und 1909 Schauspielunterricht bei Max Reinhardt zu nehmen. Dies beweist auch Ernst Sterns Äußerung in seinen Erinnerungen. Jene Frau Kami kam aus Florenz. Obwohl Dilettantin, verkörperte sie in idealer Weise. Auch mehrere Stellen im Briefwechsel Rilkes mit Mathilde Vollmöller der Jahre 1907 bis 1909 bestätigen Norinas Abwesenheit von Berlin. Am 31. Juli 1911 in Tutzing, am Starnberger See, kam es zu einer schicksalhaften Begegnung zwischen Norina und Max Reinhardt. Vollmöller war von seinem Besuch bei Gustav Klimt in Unterach am Attersee zurück, um seine Frau und Max Reinhardt in Tutzing zu treffen. Als Norina auf die beiden Männer zukam, soll Max Reinhardt gegenüber Vollmöller geäußert haben. Da kommt unsere Madonna. Norina Vollmöller musste mühsam überzeugt werden, als Nichtschauspielerin die Rolle zu übernehmen. Während und nach der Premiere von Vollmöllers, The Miracle, in der Londoner Olympia Hall ab dem 23. Dezember 1911 wurde Norina unter ihrem Künstlernamen Maria Kami zur weltweiten Berühmtheit. Die großen englischen, US-amerikanischen und deutschen Zeitungen waren voll des Lobes für Maria Kamis Schauspiel. Nachdem die Teilnehmer des eucharistischen Weltkongresses sich in Wien 1912 in einer Sondervorstellung von Vollmöllers, Miracle, von dessen christlicher Botschaft und Norinas Schauspielkunst überzeugt hatten, empfing Papst Pius X. Maria Kami am 28. Juni 1914 mit Ehemann Karl Vollmöller im Vatikan in Privataudienz. Im Interview mit der NYT äußerte Mayra Kami, I was presented by the Prussian Embassy, but his holiness at once recognized me as an Italian, saying, a German name, but we nation eyes. N. A. Florentine knows, your holiness, a reply, explaining that I was born in Tuscany. Vor und während des Ersten Weltkriegs war sie eine sehr gefragte Diva des deutschen und italienischen Stummfilms. Durch die kriegsbedingte Abwesenheit ihres Mannes, der im Auftrag der Kulturabteilung des deutschen Außenministeriums, gemeinsam mit seinem Freund Harry Graf Kessler in der Schweiz tätig war, lebte sich das Paar auseinander. In Berliner Diplomatenkreisen lernte Maria Kami 1916 den georgischen Prinzen Georges V. Machia Belli kennen. Trotz bestehender Ehe mit Vollmöller nutzte die Kami eine Gastspieltournee des Deutschen Theaters im Mai 1917 nach Schweden, um sich im Standesamt Stockholm in Bigami mit Fürst Machia Belli zu verheiraten. Nach Kriegsende November 1918 und der zu Beginn 1921 erfolgten Scheidung von Vollmöller kehrte Maria Kami nach Italien zurück. Ohne die Protektion ihres Ex-Mannes vom italienischen Film gemieden, wirkte die Kami kurze Zeit als Theaterschauspielerin in Italien. Ende 1923 zogen die Machia Bellis in die USA, wo sie mehrere Jahre erneut in Vollmöllers, das Miracle am Broadway und an Theatern in verschiedenen Großstädten auftrat. Kami, nun Prinzessin Norina Machia Belli, gründete 1924 gemeinsam mit ihrem Mann die Prinz Machia Belli Perfume Company. 1933 reichte Prinz Machia Belli die Scheidung ein, da Norina eine führende Jüngerin des Gurus Mea Baba und Mitbegründerin dessen amerikanischer Niederlassungen geworden war. Wie stark sich Norinas Persönlichkeit unter dem Einfluss Mea Babas im Sinne einer Gehirnwäsche verändert hatte, beschreibt die Schriftstellerin Mercedes de Acosta, eine nahe Freundin Norinas, in ihren erschütternden Erinnerungen. Der Acosta beschreibt auch, wie Norina sich im Auftrag ihres Gurus bemühte, Greta Gabo für dessen Sekte zu gewinnen. Nach Machia Bellis Tod 1935 erbte sie trotz Scheidung einen mehrstelligen Millionenbetrag, den sie Mea Baba schenkte. Norina Machia Belli wurde Mea Babas Sprecherin, da dieser ein Schweigegelübde abgelegt hatte und nur mittels einer Tafel mit seiner Umwelt kommunizierte. Dank Norinas exzellenter Kontakte zur Filmgemeinde Hollywoods, über die sie durch ihren Ex-Mann Karl Vollmöller verfügte, versuchte sie zweimal, einen Film über Mea Baba drehen zu lassen. Beide Male gelang es ihr, Vollmöller für die Erarbeitung des Drehbuches zu gewinnen, doch beide Projekte, für die sich namhafte Künstler engagierten, scheiterten an den unrealistischen Vorstellungen und Einwänden Mea Babas. Die Kopien der Drehbücher befinden sich in Vollmöllers Nachlass im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Obwohl lebensbedrohlich erkrankt, lebte Norina viele Jahre in ärmlichsten Verhältnissen in Indien, im Ashram ihres Gurus, bis der fortschreitende Krebs eine Behandlung in den USA erforderlich machte. Auch hier setzte sie sich noch vom Krankenbett aus intensiv für die Belange ihrer Sekte ein. Norina Machia Belli alias Maria Kami verstarb 1957 im kurz zuvor errichteten Glaubenszentrum der Barber-Sekte in Myrtle Beach.